Seht nur, da ist Dornenrose. Sie ist einer der fähigsten Heldinnen überhaupt. Habt ihr ihre vielen Trophäe? Heutzutage lassen sie die Kinder wohl immer früher aus der Gilde. Ihr werdet doch wohl nicht wie die anderen Einfallspinsel meine Namen rufen, oder? Also ehrlich, man absolviert einen Quest, zeigt seine Trophäe herum und hat dann bald keine Sekunde Ruhe mehr. Echt? Hört sie doch nur mal an. Nimmstens habt ihr keine Probleme mit großer Bekanntheit und werdet nicht verfolgt. Geht beiseite, ja? Ihr braucht mich nicht auch noch zu bedrängen. Etwas Kaltes zu trinken, bitte. Inzwischen habt ihr wohl eure erste Trophäe, falls ihr nicht völlig inkompetent seid. Viele Leute wird ihr aber nicht beeindrucken. Ihr Gildenbübchen seid alle gleich. Ihr glaubt, nach der Abschlussprüfung lege euch die ganze Welt zu Füßen. Held zu sein ist eine Kunst, kein Popularitätswettstreit. Könnt ihr jetzt die Flatter machen? Ihr steht meinen Fans im Wege. Ah, ich muss bekannter werden. Kuh. Ah, wir sind jetzt mit einem Ziegel. Ihr habt recht. Ein Held kann seine Feind auf 100... Seht mal an, wer da ist. Ihr wollt mit den anderen Kindern spielen, ja? Whisper hat leider eine Schwäche für euch. Sie hätte euch auf der Farm eine Lektion erteilen sollen. Sie lernt es noch. Ich hoffe nur, ihr kommt mal beide in die Arena. Dann sehen wir ja, wer der größere Held ist. Aber genug Zeit mit Reden verschwendet. Der Gildenmeister braucht mich in der Gilde. Er kann wichtige Quests nicht Neulingen wie euch überlassen. Natürlich. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Ah ja. Sicher, alles gut, alles gut. Ähm. Also mein Titel ist, ja, dürfte mich so nennen. Und nicht Hühnerstreck. Ja, aber da gab es doch aber auch. Was ist denn hier? Da muss ich noch irgendwo hinlegen, ne? Warte mal. Hm. Ne, es ist Map Ende. Gut. Dann, äh. Wow. Wow! Was denkt ihr euch, so ungebeten hier raufzukommen? Schiebt ab! Wo komme ich denn da mal rein? Na gut, dann nicht. Okay, gut. Dann... Ja, ja, sicher. Ich spreche keine Gesetze. Dann gehen wir jetzt mal wieder zum... zur Hauptquests und eskortieren unseren lieben Händler. Denn momentan haben wir wirklich nur so kleine Heldentaten, ne? Die wir so machen können, aber bis jetzt noch nichts Großes. Auch nichts, was uns so definiert. Assassino der Große nennt man ihn. Assassino der Große. Also Lord Assassino fand ich besser. Das hört sich ein bisschen komisch an. Das hört sich ein bisschen komisch an. Das hört sich ein bisschen komisch an. Was ist das für ein Trick? Was ist das für ein Trick? Was ist das für ein Trick? Das hört sich ein bisschen komisch an. Das hört sich ein bisschen komisch an. Was ist das für ein Trick? Ist das für ein Trick? Ja, und das hört sich ein paar Mal hin. Oh Gott. Ja, Gott sei Dank. Das ist immer ein bisschen Vieh, die geht ja nur nach spawnen können. Oh, Alter, wir neue Gegner, Alter. Obwohl nicht hier noch. Ja, ja, wow. Wow. Sünder Händler. Oh, warte mal, hätte ich da auch... Oh mein Gott, oh mein... Ah, hier bin ich jetzt. Ah, hier bin ich jetzt, da, wo ich jetzt mal lang gelaufen bin. Wo muss ich denn bitte hin? Okay. Ah, wo sei Dank, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, wir müssten in diesem Höllenloch sterben. Wir müssen zum Grabhügelfeld am anderen Ende des Darkwoods. Ihr geht voraus. Wir sind direkt hinter euch. Je ehe wir diesen Wald hinter uns lassen, desto besser darin lauern unnatürliche Dinge. Eskortiert die Händler, okay. Okay, okay, war er, okay, jetzt noch mal. Keine Großtaten übernommen. Wir bekommen, ja, keine Großtaten, okay. Okay, gut. Ich komme. Ihr könnt den Anhänger mit dem Aussatzmittel folgen und warten kontrollieren. Die folgenden Buhl erscheint auf den Kontext der nativen Feld. Wenn ihr anbietet, wird der euch folgen würde, dann das Wartesymbol, wenn er... Bitte beachte, bei bedachtem Einsatz könnt ihr vielleicht schade von hinten abwenden. Ach, ich glaube, ja, gut, ja. Ah, okay. Ist hier hinten ein Gehen? Kommt mit. Kommt mit. Genau, beide. Okay, komm, den kümmere ich mich jetzt. Denn da scheint irgendwas im Busch zu sein. Hilfe! Etwas hat mich gebissen und für tot gehalten. Lasst mich mitkommen. Er darf uns nicht folgen. Er ist infiziert. Ehe wir uns versehen, wird er uns auffressen. Wir haben einen Händlereid abgelegt. Wir müssen ihm helfen. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ich bezahle gut und mache keinen Ärger. Ja, ich kann ihn hier in diesem Sterben zurücklassen. Also, wenn er sich verwandelt, verprügel ich ihn einfach. Okay, komm mit. Danke sehr. Ich bin euch sehr dankbar. Geht voran. Geht voran. Also. Folge mir. Geht voran. Jetzt muss ich allen sagen, ja, folge mir oder... Oh Gott. Okay. Ich folge dicht auf. Ja, das will ich auch hoffen. Schaut euch nicht noch hinterher. Lauschen ist. Halt da mal die Fasse. Ja, das ist natürlich auch, wenn ich allen erstmal sagen muss, dass sie doch bitte warten und dann... Oh je. Oh da, wo ist der? Nee, klar. Wenn ich allen immer... Ist ja alles gut. Ich folge euch nach. Warte, alle folgen immer noch. Nee. Jetzt ist ja auch klar, wenn ich erstmal allen drücken muss... Folge mir. Sollen wir gehen? Oh, Jan. Folge mir. Oh Gott, das wird... Mein Vater erzählte mir von einer Gruppe Händler, die sich verirrten. Als ihre Vorräte verbraucht waren, haben sie sich gegenseitig aufgefressen. Das passiert uns ganz sicher nicht. Ich muss sagen, ich freue mich auf das Wiedersehen mit Frauen und Kindern. Das ist nichts für einen Familienvater. Vorsicht. Diese Sporen sind tödlich. Passt auf, wo ihr hintrittet. Ah ja. Ah, okay. Aua. Boah. Wie, 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 der... Ja, der Mann hat halt. Vielleicht bin ich einfach auf jemanden um, wenn ihr kein gutes Geschäft wartet. Naja. Wer nicht, gebe ich diesen miesen Job auf. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Sollen wir weitergehen? Gleich. Einfach mir folgen. Und weniger Fragen stellen. Das ist ein Albtraum. Ja. Das ist ein Albtraum. Okay. Wir müssen uns beeilen. Hinter dem nächsten Tor... Ah. Ja, wir müssen uns kämen. Ja, toll. Ja, toll. Wir müssen uns hier angegriffen. Ähm. Ein schönes heißes Bad wäre jetzt nicht schlecht. Ja, gut, egal. Hm? Aber erst mal müssen wir das hier übernehmen. Naja. Ich wirf doch. Wo kommen die her? Oh Gott. Da seh ich nicht mal auf der Map, aaaaaaah, fuck. Komm zurück. Aaaaaaah, ihr braucht doch zu lange. Wenn jemand schnell will, dass die schnell zurück kommen, brauchen die auch echt lange. Na gut. Im Greedwood gibt es auch so einen. Schaut, da ist das erste Lager. Wir könnten hier wohl warten, wenn ihr anderes zu tun habt. Ja, wir können ausruhen und unsere Vorreiter verfrischen. Was? Nein! Wie geht es euch? Wie läuft das bisher? Ach so, ihr heilt euch. Naja, okay, dann... Das erinnert mich an meine Anfangszeit als Händler. Da müsste richtig Kohle zu machen sein. Schöne Händler sind wir. Wir sollten Waren verkaufen und nicht unser Leben riskieren. Geht los. Können wir selber auch mal ein bisschen heilen? Wir führen großartige Kleidungsstücke. Habe ich mal Ausnahme trinken? Oder gilt das für uns hier nicht? Spielt Blackjack. Das darfst du sein. Hm. Ah, das ist gut. Nichts weiter. 3-1 haben wir wieder. Geil. Ich finde jetzt... Ich darf mich nicht aufladen, aber die KI... Naja... Warte! 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 Nein, du auch! Es kann nicht mehr auf! Juhu! Warte! 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 So, tschüss, weg mit euch. Fühlt jetzt auch ein bisschen doof, natürlich, weil wir jetzt gleich komplett zurücklaufen müssen. Den ganzen Weg, aber mir ist es so lieber, anstatt, dass es kommt und ich werde es nachher wirklich Probleme kriegen. Oh, nicht die Fiese wieder, ich hasse sie wieder. Ja, hört doch auf mich zu Sandwich schneller. Jetzt hauen wir mal zu. Erstmal diesen Glöben. Oh, die Fresse, ich mag euch wieder nicht. So, einmal die anderen Punkte eindammeln, genau. So, jetzt komm ich. Neu, ist das alles? Je nachdem, wie lange die Quest noch geht, könnte das sogar reichen. An Energie. Ja gut, ist eine Escort-Mission, ne? Also, oh, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ich weiß, ich weiß aber nicht, es ist natürlich auch ein bisschen blöde, dass du halt wirklich jeden antippen musst, nicht irgendwie gedrückt halten, dass sie dann warten. Nein, du musst jeden Einzelnen, ähm, man kann sie nicht als Gruppe ansprechen. Oder wie geht das? Wollen wir hier spielen? Wacht damit alle? Ne, nur der Ahne. Na gut. Mal mal, ja. Ich verwandle mich. Bleib weg von mir. Wirst du es? Ja, jetzt sehe ich. Jetzt lauf doch nicht rein! Oh, du bist so ein dumm Kopf. Läuft der mir da eben rein, Alter. Ernsthaft? Oh, du Stück Scheiße. Ja, ist gut. Oh. Ich komme. Ich furze, also ich komme. Geil. Diese Reise scheint gar kein Ende mehr zu nehmen. Ne. Okay, Scheiße, er hat sich verwandelt. Naja, Scheiß drauf. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Okay, komm. Wow, haben wir es bald? Ich wollte gar nicht, wo die hinwollen. Ne, aus dem Blackboard raus. Oh, der Auto noch ein bisschen. Ja, okay. Schöne Händler sind wir. Wir sollten Waren verkaufen und nicht unser Leben riskieren. Hm. Es kann nicht mehr weit sein. Ne, ah, er kommt mit dem Grab. Hügel-Fehler ist sehr schön. Ich glaube, ich bin in was Nasses getreten. Holt mich hier raus. Was war das? Was ist das für ein Grollen? Was denn? Oh mein Gott. Was bist denn du? Was bist denn du? Ja, warte hoffentlich, ne? Ich gehe doch mal an, wenn der jetzt wartet. Hoffentlich. Was... Oh mein Gott. Bist du dir? Irgendwann habe ich noch nie gekämpft. Und ich bin der Held. Na gut, wenn ich kein Wut kämpfen kann, dann ziehe ich nicht, denn die wäre doch ein Verstörer. Aua! Na gut, okay, jetzt haben wir gut getroffen. Ein Punkt jetzt wird durch den Tor. Oh, fuck! Okay, jetzt... Ah! Ja, ist ja gut! Oh! Ja, hallo! Ja, wow! Die Aufstellung ist jetzt sechs Jahre lang, ey! Ja, klar! Ja, wow! Oh mein Gott! Ja! Ja, bitte! Ja, oh! Na komm! Na drauf! Ernsthaft? Boah! Probin! Ja, vom Filmbekehrt. Okay. Nice! Oh ja, doch ein Stück, Alter! Wir haben kein Bügelfeld erreicht! Von hier ab kenne ich den Weg! Folgt mir! Ah, wow! Sehr schön! Gut! Wir haben ordentlich Punkte hoffentlich gemacht! Boah! Ja gut, jetzt brauche ich keine Energie tranken. Jetzt gehe ich gleich einmal schlafen und dann... Ah, da seid ihr ja! Wir haben euch erwartet! Ah, da seid ihr ja! Belohnung! Eine Hintnerfeder 2, 2, 2, 2, 82! Dafür 7, 8, 70! Gut! Sehr gut! Mace wünscht euch wieder zu sprechen! Ihr findet ihn in der Org-Wale-Taverne! Es schien recht dringend zu sein! Ja, kann ich auch! Ihr habt eine neue Questkarte bekommen! Schön! Äh, ich könnte mich auch hier kurz hinlegen! Sieht gut aus! Lord Assasino! Der Held! Ist okay! Wie bitte? Ich bin der Held! Ich darf hier wohl kurz hinlegen, ne? Ja, genau! Er scheint kräftig zu sein! Gut! Oh cool! Gut! Danke! War schön! Und hat Spaß gemacht! Oh, Alter! Ja, Escort-Missionen sind... Ja, wir sind okay! Ja! Es sind Escort-Missionen, ne? Das ist natürlich auch immer das! Aber ich würde... Hier ist ja auch cool! Ich würde vielleicht ganz kurz gucken! Eine Heldenkarte! Da meint er eben irgendwas! Such da mal ganz kurz drauf! Sonst können wir uns ja wieder hier importen!